Ein neues Video, diesmal wieder aus Holland. Ich stehe wieder vor von Amersfoort, wir waren hier um uns vorzubereiten für das Wochenende. Wir sind in Misano dieses Mal, legen heute Abend nach Italien und wird bestimmt ein interessantes Wochenende, dass wir mit der DTM zusammen das Nachtrennen, beziehungsweise abends, wird glaube ich ganz cool, wird heiß, aber bestimmt lustig und dann geht es nachher nach Italien und wird bestimmt hoffentlich über das Wochenende. Hallo Leute, und zwar aus Italien. Wir sind gestern Nacht um drei angekommen. Wir sind in einem neuen Los geflogen, in unserem drei Hotel gewesen. Sehr lange Anreise, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn es ist super heiß hier. Wir sind direkt am Meer, wie man vielleicht sehen kann. Und es geht jetzt an die Strecke. Wir haben heute nur einen Trackwalk auf dem Plan stehen, wird so eine Stunde dauern. Ist zwar richtig heiß, wird auf jeden Fall nicht ganz so angenehm, aber mal schauen und danach geht es wieder ins Meer, von daher ist alles okay. Und dann geht es morgen um drei, glaube ich erst los, bedeutet wir können ein bisschen ausschlafen, trainieren und nochmal nicht mehr springen, bevor wir die Strecke fahren. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mit und hoffe, euch gefällt es. Bis zum nächsten Mal. Noch, jetzt bis zum nächsten Mal. In verant representaたい. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Jetzt erstmal ins Meer und dann in einer Stunde an die Rennstrecke. Das wäre erstmal ein kleines Harmonix. Bis zum nächsten Mal. Also wir haben jetzt am Samstag und es ist kurz vor dem Rennen 1. Es ist jetzt um 3, es ist sehr heiß draußen und heute mega schwül. Wahrscheinlich regt uns heute Nacht noch. Aber die Autos werden uns gleich in den Vorstart geschoben und dann gehen wir vor. Und ich fühle mich jetzt gerade nochmal ab, weil jetzt 90 Grad in diesem Raum und das war angenehm. Genau und dann geht es los. 24 Runden. Das wird bestimmt lustig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.